Was haben dieser Mann und dieser Mann gemeinsam? Zuvor sahen sie Jesus von Nazareth, den Mann, auf dem das ganze Christentum basiert. Und hier sehen sie den griechischen Philosophen Platon, der nicht zuletzt wegen seines Höhlengleichnisses bekannt wurde. Guten Tag und herzlich willkommen. Jetzt werde ich meine Weltsicht erläutern. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich meinen Zuschauerinnen und Zuschauern einmal einen Überblick über mein Weltbild bieten. Wie ordne ich bestimmte Phänomene ein und welches Modell, welche Weltanschauung, welches Konzept der Welt vertrete ich? Nun, ich bin, so sagt auch der Name meines Kanals, christlicher Idealist. Was bedeutet das? Ich bin ein Vertreter sogenannten christlichen Idealismus. Ich vertrete den christlichen Idealismus. Das bedeutet, ich postuliere, dass das Christentum idealistische Grundzüge aufweist und der Gottessohn Jesus Christus und seine Lehren mit dem Idealismus perfekt vereinbar sind. Widersprüche zwischen idealistischen Vorstellungen, platonischen Vorstellungen einer unsterblichen Seele und dem Christentum zu postulieren oder zu erschaffen, sind meines Erachtens unnötig und behindernd. Und ich erkläre auch, warum das so ist. Nun, mein Ansatz ist verwandt mit dem von Enno Etzad Popkes. Er postuliert ein platonisches Christentum und setzt es fort in seinem Band Jesus als Begründer eines platonischen Christentums. Nun, ich stimme allerdings nicht in allen Punkten mit Herrn Popkes überein, doch dieser evangelische Theologe, der eben in Kiel an der Christian-Albrechts-Universität lehrt und eben auch viele vernünftige Denkanstöße gibt und ich möchte ihn hiermit empfehlen, den kann man sich durchaus einmal anschauen und sich so anhören, was der zu sagen hat. Doch ich werde nun differenzieren, denn ich werde jetzt erklären, wie die Welt meines Erachtens funktioniert. Wir wissen ja, das werde ich jetzt auch anhand der Wissenschaft tun, dass das Universum aus dem Urknall entstanden ist. Doch was war vor dem Urknall? Nichts Zeithaftes, nichts Materielles und auch nichts Raumbehaftetes. Nichts Lokales. Es muss also etwas Immaterielles, Nicht-Lokales und Zeitloses gewesen sein. Das bedeutet auf gut Deutsch, dass es jemanden gegeben haben muss, ein erstes Bewusstsein, einen ersten Geist, gemäß der Quantenphysik einen ersten Beobachter, der das Ganze konstruiert und kreiert hat, Gott. Und Gott, und das wird in der Genesis ja auch korrekt beschrieben, hat das Universum geschaffen und dann, wie er die Erde geschaffen hat, wird in der Bibel korrekt beschrieben. In der Genesis und auch im Johannes-Evangelium findet sich gleich am Anfang, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Das deckt sich in erstaunlicher Weise mit Dr. Michael König und seiner Urworttheorie. Hört mal gern mal rein, was der Spannendes zu sagen hat. Und das ist wirklich fundiert und sehr, sehr gut. Nun, nachdem Gott eben dieses Universum geschaffen hat, gibt es natürlich auch etwas, das hinter dem Ganzen steckt. Max Planck, der Begründer der Quantenphysik, hat ja bereits postuliert, Geist ist der Urgrund aller Materie und Geist an sich gäbe es überhaupt nicht. Dass das stimmt, wurde auch nachgewiesen. Also es wurde jetzt nachgewiesen, Materie ist gar nicht diese unzerstörbare Grundsubstanz, die man immer annimmt. Materie ist nicht die Grundsubstanz und besteht nicht mal aus Materie. Denn wenn man in die Materie reingeht, in die Atome, in die Atomkerne, in die Gluonen, dann ist da nichts mehr. Dann ist da Geist. Und jemand hat mal, bzw. Herr Gassner, Josef M. Gassner, der ja auch mit Harald Lesch schon einige Vorlesungen gehalten hat, hat es immer so schön formuliert, schon das Atom ist in der Materie so groß ungefähr, oder im Atom der Atomkern, und solche Sachen, diese Teilchen sind alle so groß wie ein Reiskorn im Anstoßkreis eines Fußballfeldes. Also da ist ganz viel Platz und ganz viel nicht lokaler Raum. Und das deckt sich natürlich dann mit dem schöpferischen Nichts, das die chinesischen Taoisten schon lange vor unserer Zeit, schon Jahrhunderte, Jahrtausende vor Christus postulierten. Auf erstaunliche Art und Weise. Und der renommierteste Quantenphysiker oder einer der renommiertesten Quantenphysiker ist Anton Zeilinger, der die Quantenteleportation unter anderem entdeckt hat. Er ist ein österreichischer Quantenphysiker und auch er sagt, er glaubt, dass es eine geistige Existenz außerhalb der materiellen Welt gibt und dass es eine geistige Welt gibt, aus der das Ganze erst hervorgeht. Und das hat Hans-Peter Dürr schon formuliert. Das formulierten auch Werner Heisenberg und Max Planck sowie Nils Bohr. Das postulierten also schon die namhaftesten Physiker. Selbst Albert Einstein hatte solche Dinge immer postuliert. Er war zwar kein gläubiger Jude, er hat zwar auch die Bibel als Märchenbuch betrachtet, was ja nach historischen Standards heutzutage als unhaltbar gilt. Das stimmt nämlich überhaupt nicht. Aber davon mal abgesehen, war er Spinozist. Also er glaubte an Spinozas Gott und Baruch de Spinoza war Panteist. Und er sagte, ja Gott ist die alles umgebende und durchdringende Substanz, die Macht, die sich eben im Physischen wieder zeigt. Und damit war er Panteist und kein Atheist, wie man ihm immer zuschreibt. Das stimmt einfach nicht. Atheisten, deal with it. Was sich auch sehr, sehr gut verbinden lässt, ist die Idee, die taoistische, die buddhistische, die hinduistischen Ideen und Vorstellungen, dass wir alle Diversifikationen Gottes sein. Also dass Gott sich in uns ausdrückt. Und in der Bibel gibt es auch solche Parallelen. Also da steht auch drin, wir sind Kinder in Gottes Garten. Das bedeutet auch, Gott sei, und dann wird auch gezeigt, ja Gott zeigt sich eben im schönen, im schönen, irdischen, im physischen wieder. In seiner eigenen Schöpfung zeigt er sich da wieder. Und das, was mit Gottes Geist am Anfang der Genesis beschrieben wird, genau das findet sich in der heutigen Quantenphysik. Geist ist der Urgrund aller Materie. Und wie die Bibel, die Genesis, den Anfang mit Gottes Geist schildert, der aus dem Nichts plötzlich etwas erschafft. Das sind identische Muster. Das sind identische Übereinstimmungen. Und da kann man sagen, was die Bibel schon vorher wusste, was schon Taoisten wussten, das wissen wir heute durch die Wissenschaft. Insofern kann von einem Widerspruch zwischen Naturwissenschaft und Religion nicht ansatzweise die Rede sein. Gut, dann natürlich, es gibt ein Leben nach dem Tod. Es gibt eine geistige Existenz in der geistigen Welt, aus der die Materie eben hervorgeht. Diese Welt kann man, wenn man so will, durch uns als geistigen Beobachter konstruiert sehen. Und genau, da kann man jetzt sagen, ja, alles, was in der geistigen Welt schon immer vorhanden war, diese Strukturen werden gemäß des Wellenteilchendualismus hier quasi abgebildet, da Gott als erster Beobachter das hier alles so geschaffen hat. Und wenn wir dann dorthin kommen, dann kommen wir automatisch an den Konstruktionsplan, den Gott eben in der Evolution verwirklicht hat. Das heißt, Gott hat den Menschen als sein Ebenbild geschaffen, heißt nichts anderes. Und anfangs vor den Menschen gab es noch Tiere, heißt nichts anderes als, es wird ein Ziel angedacht vom höchsten Bewusstsein, vom höchsten Geist von Gott. Das sind wir Menschen. Und dann konstruiert er die Mechanismen. Und das tut er genauso wie wir, aufgrund der Beobachterfunktion und des Wellenteilchendualismus, die ja im Doppelspaltexperiment nachgewiesen worden ist. Wenn wir dann gestorben sind, dann läuft das Ganze so ab, unser Bewusstsein ist nicht lokal, es wird nicht im Gehirn produziert, sondern nicht die elektrische Aktivität bringt Bewusstsein hervor, sondern die elektrische Aktivität im Gehirn ist ein Korrelat des Bewusstseins. Das heißt, Bewusstsein ist erst die Ursache dieser elektrischen Aktivität. Und das Gehirn ist wie ein Empfangsgerät, wie ein Radio oder ein Fernseher. Der Fernseher empfängt von einem Masten das Fernsehprogramm. Es wird dann abgebildet durch die elektrischen Aktivitäten im Fernseher. Durch diese elektrischen Aktivitäten werden verursacht, durch den Stromkreislauf und eben durch dieses Gerät, das da empfangen wird, durch dieses Programm, das da empfangen wird. Und dieses Programm eben löst dann diese elektrischen Impulse aus und gibt dieses Gesamtbild. Wenn man den Fernseher aber entweder vom Stromnetz trennt oder jetzt, was der Strom für den Fernseher ist, ist für uns eben das Blut. Und wenn dann eben keine elektrische Aktivität mehr im Fernseher ist, dann ist der Bildschirm schwarz. Aber das Fernsehprogramm hört nicht auf zu existieren, denn das Fernsehprogramm wird nicht durch elektrische Impulse im Fernseher produziert, sondern es wird nur übermittelt, empfangen und übermittelt. Und da kann man dann sagen, das Fernsehprogramm läuft weiter, es existiert weiter, nur es wird nicht mehr von diesem Gerät empfangen. Und genauso ist es bei uns auch. Wenn das Gehirn von der Blutzufuhr getrennt ist, schaltet es sich ab. Und wenn das Gehirn abgestorben ist, wenn das Gehirn nicht mehr funktioniert, sie komplett ausgeschaltet hat, komplett ausgeschaltet ist für immer, dann gibt es keine elektrische Aktivität mehr dort. Aber das Bewusstsein, da es ja nicht lokal ist, existiert eben weiter, nur auf einer anderen Ebene und Form des Seins und braucht dieses Instrument Körper nicht mehr. Gut, und da muss man jetzt noch dazu sagen, dass Bewusstsein eben auch verschränkt ist. Also es gibt einen psychophysischen Parallelismus und es gibt psychophysische oder psychophysikalische Systeme. Das bedeutet, es gibt Verschränkungskorrelationen zwischen dem Bewusstsein und äußeren Systemen, womit Spukphänomene und Telepathie und Psychokinese eben erklärt werden. Dazu empfehle ich die Arbeiten des Dr. Dr. Walter von Lukadu. Zum endlosen Bewusstsein und zu Nahtoderfahrungen empfehle ich die Forschungsarbeiten des Kardiologen Dr. Pim Van Lommel. Und dann kommen wir noch zur Auferstehung Jesu. Diese steht nicht im Widerspruch zu Nahtoderfahrungen oder idealistischen Konzepten und Vorstellungen. Denn es ist so, dass wir alle aus dem Licht Gottes heraustreten und wieder ins Licht zurückkehren. So ähnlich formuliert ist zwar auch das Thomas-Evangelium, dieses hat allerdings für die Geschichte des frühen Christentums eher wenig Bedeutung bis überhaupt gar keine. Da es eben auch nicht zeitnah zu Jesu Lebenszeit und Zeugengenerationen etc. pp. entstanden ist. Und dann kann man noch dazu sagen, ja, es verhält sich jetzt folgendermaßen. Es ist so, dass Jesus direkt die Verkörperung, direkt die Inkarnation, die Personifikation dieses Lichtes Gott ist. Also dieser Geist hat sich in Gott quasi inkarniert und wirkt in Jesus jetzt inkarniert und Gottes Geist wirkt durch ihn. Die Konzeption des Heiligen Geistes im Christentum ist nichts anderes als der Geist, der der Urgrund aller Materie in der Quantenphysik ist. Da kann man wieder diese perfekten Parallelen bauen. Und solche Vorstellungen, nicht lokales Bewusstsein, Nahtoderfahrungen, auch Nachtodkontakte finden sich alle in der Bibel. Da in der Apostelgeschichte beispielsweise oder eben als Stephanus gesteinigt wird, der Märtyrer Stephanus, hat er, sieht er ein Licht vom Himmel, hat er eine Vision und Jesus kommt auf ihn zu. Er sitzt jetzt nicht zur Rechten Gottes, er steht zur Rechten Gottes und kommt auf ihn zu. Und er ruft in den Himmel, O Herr, nimm meinen Geist auf und dann starb er. Und das zum Beispiel oder auch diese Vision von Moses und Ilja und die Verklärung des Herrn, all das sind Nachtodkontakte und Nahtoderfahrungen, all das sind starke Parallelen zu dem heutigen Idealismus, den wir heute haben. Und das deckt sich alles perfekt. Das ist meine Sichtweise als Grundumriss. Ich werde mich mit dieser Thematik noch genauer auseinandersetzen, falls jemand noch Fragen hat oder falls Fragen auftauchen, falls noch etwas unklar ist und falls ich noch etwas vergessen habe. Ich werde dies in einem intensiveren Video noch beleuchten. Jetzt habt ihr hier erst einmal Grundumrisse meiner Weltanschauung und wir werden uns wiedersehen. Ich werde ein weiteres Video publizieren zu meiner Weltanschauung, wo ich das Ganze auch noch belege, wo ich alles belege, mit Bibelstellen und wo ich alles untermauern werde, mit Zitaten und dann wird das Ganze noch etwas fundierter und ich werde es auch nicht grob umrissen beschreiben, sondern ich werde es ganz klar ausformulieren. Aus Zeitgründen muss ich jetzt jedoch passen, es tut mir leid. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben in meine Weltsicht. Christlicher Idealismus, wie ich ihn definiere und wir sehen uns beim nächsten Mal. Was auch immer ich mache, das werde ich sehen, denn es gibt noch einiges aufzuarbeiten, doch das werden wir noch alles gemeinsam tun. Bis dahin, auf Wiederhören und eine schöne Zeit euch.